Der nächste Hinweis. Oh ja, ein Teppich zerkratzen! Ja! Ich sehe schon, wieso das Katzen mögen. Aber mir passiert nichts. Aber eh. 11. Oktober. Die Uhr läuft. Oh, der nächste Teppich. Teppich. Gut. Reicht dann auch. Irgendeine Karte. Kann ich die Sachen hier herunterschmeissen? Bitte, sag ich ja. Komm schon, wir sind eine Katze. Das liegt doch... Nein, dass wir das machen. Wenigstens das, ja. Kein Geld. Schon sehr interessant hier. Süß. Ich habe irgendwie Angst, dass ich was verpasse. Hä? Wo ist das Ding hin? Wo bist du? Nein. Ja. Ja. Hallo? Ja. 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 Was ist das? Oh. Hab ich zerstört? Sieht so aus, als ob ich es kaputt gemacht habe. Okay, wir müssen nach oben. Natürlich erst überall anders schauen. Nee. Katzen sind halt auch so ein bisschen sehr grosse Assassinkünstler. Die einfach überall hochklettern können und immer auf ihren vier Pfoten landen. Was ich ziemlich beeindruckend finde. Was? 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 Leute! Lass mich in Ruhe! Bitte! Ich hab keine Ahnung wo es lang geht. Und was das für Dinge sind. Oh. Oh. Okay. Tja. Das ist noch nicht so. Oh. Das ist schon mal ein bisschen. Oh. Oh. Junge! Kuraken. Problem. Die Musik finde ich ziemlich nice hier. Hat irgendwie was Meidiges. Follow me. Das war das viel kommische Dinge. Klaue! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja gut, ob eine Katze so schlau ist, obwohl wir hatten mal eine Katze, die konnte eine Tür öffnen, möglicherweise, vielleicht ja doch. Macht Spass, macht Spass, alles runterzuwerfen. Die Kamera wieder. Okay, da geht's hoch. Das ist ein Fenster. Schätz mal, da müssen wir rein. Nope. Gibt's hier was? Sorry. Ähm, ja. 5 Oktober. Da geht's weiter. Schlaue Katze. Wait. Waren wir hier nicht geroll? Nee, wahrscheinlich nicht. Musik. Schlaue Katze. Nein, nein, nein! Nein! Es ist Glück! Es ist Glück! Es ist Glück! Okay. Ich traue diesen ganzen Holzbretten ganz und gar nicht. Ok, das war jetzt ein bisschen strange, aber gut, es geht immer weiter, wahrscheinlich in den Kern der City hinein, oder zumindest zu diesem Menschen, Tier, Roboter, der uns irgendwo hinführt. Oh, da ist aber das Schild hinuntergefallen. Gut, so geht's auch. Ich frage mich, ob wir das mitnehmen müssen. Ich nehme es einfach mal mit. Ich nehme es einfach mal mitnehmen. Ich nehme es einfach mal mitnehmen.